Einen dieser Kainers reden, teils um rauszufinden, wie sie ticken und teils um ihn ganz langsam zu erwürgen, während er es mir sagt. Die sind schon ein bisschen vorgegangen. Was ist denn da hin? Ja, noch nicht. Oh, fuck. Oh, fuck, ein Sauhuhn. Warnung, ein Agent aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Okay, auf die Gassen. Wieso gehen immer alle Schörte tief? Wieso? Also. Ja, komm bitte, Arschloch. Ich habe Amhersts Wohnung. Sie ist auf der anderen Seite des Hofs, aber sieht so aus, als wäre der direkte Weg versperrt. Sie müssen einen anderen Weg finden. Okay. Werke werden wir finden, aber wo du? Ja, jetzt brenne ich! Nein! Er macht einfach nichts! Das ist egal. Ja, dann brenne ich halt. Er braucht jemanden, um die Überlebenden einzusammen- und herzubringen. Sie machen ihnen den Weg frei, also gehen sie einfach weiter! Weisst du, was ich gesehen, Schätzli? Das da. Wir werden mal so mit Medipack. Weil der in HC wieder. Ja. Ja, wieder etwas. Jetzt war es doch ein Welseresser. Mhm. Jetzt war es besser so, aber ist doch weiss egal. Dann schmeißen wir sie weg. Ich halte zwar Minus, aber ja. Weiss egal. Was? Ich gehe auch noch hin. Wie gehe ich jetzt halb? Wie gehe ich jetzt hin? Oder dann nicht. Okay. 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 Ich gehe jetzt nicht hin. Okay. Oh, hier wird die Schnau-Aufen. Okay. 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 oh umführer scott Macht er die ganze Zeit hier die Hände rum, oder was? Der ist down the fucker. Die Wohnung ist über ihnen. Amherst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Solche Leute zerstören die Beweise für ihre Taten nicht. Und das ergeben würde. Okay. Sehen Sie sich gründlich um. Vielleicht wurde sie auch geplündert. Aber Plünderer suchen nicht nach Dokumenten oder Festplatten. Ich bin sicher. Ich würde ja die Festplatte formatieren und nicht nehmen. Dann kann ich ihm ein paar Fragen. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man würde ja noch träumen dürfen. Ein Loot. Ähm übt oder was? Die wollen da uns einfach trollen, oder? Ich hoffe sie haben was wir suchen. Es hat höchste Priorität. Also schicke ich ihnen ein Helikopter. Aber sie müssen das Dach sichern bevor er landen kann. Spielen sie nicht mit dem Feuer. Bringen sie die Beweise sicher zurück. Aber... Ihn doch. Zug. Hier werfen wir mal. Oh. Nicht hier sitzen oder hier. Wir gehen wirklich ab. Um da wenigstens zu probieren. So eine Munitionkiste. Hier vorne. Auf dem Druck. Die doppelt. Hält. Fakker. Weiter so Agent. Das Dach musste sichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Das sind doch geile Loot, keine Puppe, was scheisse aus dem Neustart, I look up, so, Das ist doch irgendwo Loot, da, woher kommen Eigentlich soll der Buchschrauber nur Material aus der Dark Zone ausfliegen, und zwar das stark kontaminierte Zeug, aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Ein Agent aus Ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Ja, ich bin schon da und sorry, Guy. Ah, Mann, ey. Ja, man kann mich wiederbeleben. Ich sehe nicht. Meine Leiche werden gefickt vom Rucksack. Okay. Wiederbeleblich, die... Schau mal das an, wie der vom Rucksack gefickt wird. Sieht so aus. Wir müssen wiederbeleben, so ein Kollege. Danke. Ey, willst du mich auch moppen, oder so? Okay. Weis. Oh, okay. Yeah. Hey, ich bin jetzt. Hey, Junge! Hallo? Hey, Junge! Hey! 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 Also bin ich eigentlich immer der, der verrückt? Bin ich wirklich so scheiss? Der ist ein Sau-Sniper, der ist ja lustig. Der wohne ist ja nochmals ein Sau-Hund. Ich kann für ein Sniper kommen. Der ist schon da. Ich glaube nicht. Der X-Gamer-Bot ist der Chat-Bot von Twitch. Der spamt einfach die ganze Chat-Bot. Ich weiss es nicht, dass es ein Base-Bot ist. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Winter schon. Ich liess noch grad den Chat, wenn ich fertig bin mit ihm ist. FUCK! Na, ja, das stimmt. tippingen Sie auf den Stuhl nach. Noch mal, wir gehen raus. Wer nicht, du tun wir die Stuhl nach. Jetzt noch mal aberquieren, was der Stuhl nach dem Stuhl nachgeht? Danke, hier bin ich fertig! Wie war das denn? Ich bin nicht gut! Du bist doch nicht leicht! Ich bin nicht gut, dass du ja noch am Ende gehen darfst. Was ist passiert? Okay Fuck 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 Wir sehen uns da nur im Kopf Boom Eigentlich soll der Hubschrauber nur Material aus der Dark Zone ausliegen und zwar das stark kontaminierte Zeug. Aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Jungs, hallo, ich bin hinter euch. Ratsli 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 Ratsli